Jetzt im Handel. Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Das Januarheft. Friedfisch. Einfach angeln, lautet das Motto für Matzekoch in dieser Ausgabe. Mit Posenmontage und Mais als Köder erlebte er in einem kleinen Kanal eine Überraschung nach der anderen und kam dabei ordentlich ins Schwitzen. Raubfisch. Im letzten Teil seiner beliebten Zander-Serie steigt Bürger Dohmeier ins Boot und beantwortet dort die Frage, wie ticken Zander im Freiwasser? Abenteuer. Einen lang gehegten Traum erfüllte sich Florian Over im hohen Norden. Zusammen mit einigen Kollegen ging es für ihn mit dem Kanu durch die Wildnis Schwedens. Atemberaubende Landschaften und wunderschöne Fische inklusive. Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Die Januar-Ausgabe. Jetzt überall im Handel.